So, gut, du sollst hier arbeiten, dann kommt euch das gleiche mit ihr vorbei. Dankeschön. Das ist das Biednis, mein Name, Herr Peter. Gibt's mal jetzt, wo wir ihnen die Sachen überraschen, nein, wir sind gleich mit den Suchmaschinen gesetzt. Wenn ihr doch da passt, wir wollen die Posten, ich können auch einen zuschertig machen, vor dem richtigen Lachen sehr einen Spark-Oder. Seht ihr das nicht mal, wenn ihr was zu sagen wollt? Ich brauche euch was zu sagen. Viel Spaß euch noch, vielen Dank, dass ihr da seid.